Keine Vitamine? Den oragischen Saft von Walters kriegt man ganz einfach aus der Packung. Man nimmt ein Glas, hält das Glas drunter und dann muss man hier oben ziehen. Und dann läuft das schon wie von so einem Bierfass in das Glas rein. Und der Saft ist frisch und super lecker.